Halt! 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 Weg, du Schicke! Das warst du ein bisschen lustig. Ja, das ist schon was cool, aber das hätte ja fast mal müssen kommen. Das heisst, die Halle wird mal renoviert. Holy shit! Ja, wir haben uns schon zusammengehalten. Ist die in der Halle, wo du jetzt da oben? Ja. Also ganz ehrlich, ich würde es heute nicht trainieren. Ich freue mich.